Achtung, Aufnahme. Kamera locked. Ketten Citrus. Wir brauchen noch so ein Plug-in, wenn ich auf die Aufnahmestaste drücke, muss bei dir irgendwas rot blinken. Record quasi. BPVG. BPVG. Alter, da fließt irgendwas mit Minen dran. Ah ne, ist ein Jeep. Über Raketen. Hinter uns ist ein Boot an Land gekommen. Tötet das Boot. Der Tobi und das Boot. P-p-p-p-p, kommt auch einer raus. Achso. Zwei Leute am Strand. Beide mit einem Schuss aus der Pistole genatzt. Alter, warum nimmst du das nicht auf? Das hab ich aufgenommen. Toll. Oh, gut. Zum Beispiel könnte man so ein Kurzreferat über Wake Island haben. Oder auch nicht. Ich nehm auf, halte es. Ich kenn mich da nicht aus. Das war ein schönes Referat. Ich bräuchte noch ein Kind in den BPVG. Das wär Porno, wenn wir das machen können. Überall Infanzry, Achtung. Das ist auch noch einer. Ja, den hab ich. Boah, ich hab geschossen. Boah, jetzt landen nie hinter der Basis schon. Ich hätte jetzt ganz gerne mal diesen BPVG. Ein Kill, das reicht nicht schon. Ja, der ist auch nicht. Jetzt mal genau. So was der scheiß BPV sieht. Kann doch sagen, hinter uns. 6 Uhr geht auf den Rums. 5 Uhr. 3 Uhr. Dahinter diesem Hangar, der da ist. Oder dieser komischen Terminal, also. Stark. Oh, Teddy wird geklaut. Rücken. Dögen. Yes! Abgeknippt. Gucken wir mal weiter. Irgendwas rottet euch. Bestimt so ein Softdammut. Ich fahr mal in den Anker. Oh, hi! Wow, wie passiert die so heftig? Ich reparier. Schraut! Nebel! ... Heidex! Ich hab hier so einen Jeep. Bitter! Jaaa! Sie sehen jetzt das Extreme Wapen, ne? Reparatur. Äh, die fährt nicht. Hm, der G.B. ist scheiße. Obwohl... Obwohl ich nicht die XP-Maschine. Höhöh. Hält er jetzt? Ah! Letzter Go! Ja, geil! Boah, Gott sei Dank, wenn ich jetzt noch die Saiten gewechselt, dann können wir ein bisschen Heavy-Time machen. Nein! Keine Sziene! Oh, das steht knapp. Ne, auch nicht. So, jetzt müsste ich neben dir sitzen. Ah, Infallkrieg, Infallkrieg! Ohhhh! Mein Gott! Oh, wir haben einen Kill! Tabulös! Ja, super! Das gehe ich schnell! Los, sie lustig! Lo, 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 lo , lo, lo, lo log, lo, 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 loo loo, lo, lo loo, oah Und läuhinnen und glühle! Oh! Was ist denn los? Ich benutze gerade so eine Inhalilstift aus Anzugleich是 von VIXX Da habe ich mir die Nase geschoben und zu tief eingeatmet da istちょ ich jetzt Kynthmez an der photo drin und sibirisches Edeltannenöl Das hatte ich in der Nase Ich beende das jetzt hier Das Spiel? Ja Untertitelung. BR 2018